Sooo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Crash Bandicoot 3 Warped in der Low Percent Challenge. Leute, heute geht es weiter in Level 14 dieses wunderschönen Spiels und das ist anscheinend mal wieder ein Motorrad Level. Das heißt natürlich, ich muss die Facecam zur Seite verschieben. Das habe ich ja jetzt mittlerweile immer im Kopf, dass ich sonst eben meine Platzierung verdecke. Und ihr kennt natürlich das Spiel. Hier in diesem Level werde ich euch einmal mitnehmen und wenn ich nicht gewinne, dann werde ich das Offscreen weiterprobieren. Aber ich muss wirklich sagen, also prinzipiell sind die Motorrad Level wirklich wahrscheinlich sogar die besten Level für diese Challenge, weil die Straßen sind halt ultra breit. Und es gibt mega wenig Kisten und das heißt, und mega wenig Wumpa-Früchte. Gegner zum Besiegen gibt es nicht. Ich muss ja nur an den anderen vorbeifahren. Ich muss die ja nicht töten oder so. Und das heißt, es ist echt eine Challenge-freundliche Level-Art. Auch wenn ich die Motorrad-Steuerung echt nicht gerne mag. Die ist wirklich sehr komisch. Ich weiß nicht einmal, wie ich sie beschreiben soll, ja, außer komisch. Das weiß ich nicht. Wow, hier den Kisten natürlich ausweichen. Die will ich nicht mitnehmen. Aber, ah shit, diese Boost-Pads, die feuern mich halt, zumindest am Anfang, feuern die mich eine Weile lang geradeaus. Ist leider so. Das heißt, ja, da sollte ich die Boost-Pads am besten auch umgehen. Zumindest, wenn danach irgendeine Kiste kommt. Hier kommt jetzt keine Kiste, da kann ich das Boost-Pad mitnehmen. Boah, aber diese eine Kiste, die war tatsächlich auch knapp. Da, dieses Boost-Pad nehme ich mal nicht. Ja, das sind solche Sachen. Die hat man gar nicht im Kopf, ne. Ah, dieses Boost-Pad hätte ich wieder nehmen können. Oh lol. Ja, ich wollte, ich wollte meinem Gegner ausweichen. Und dann bin ich selber ins Loch gestürzt. Das war sehr schön. Ja, Platz 5 ist jetzt nicht wirklich gut. Gut, aber dann haben wir wenigstens die Strecke schon einmal gesehen. Aber Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe. So, komm schon. Jawohl, Leute, Platz 2. Es sieht tatsächlich ziemlich gut für mich aus. So, ich nehme jetzt auch gar kein Boost-Pad mehr, weil das meiner Meinung nach ein zu großes Risiko wäre. Ich will einfach nur hier nach vorne und meine Stellung halten. Ja, die Boost-Pads, die nehme ich jetzt lieber nicht. Weil mit denen schlittert man so mega scheiße rum. Die sollte man wirklich nur nehmen, um nochmal Speed aufzubauen, wenn man sich wirklich sicher ist. Aber Leute, das ist der erste Platz. So soll es natürlich sein. Das ist das, was ich mir hier wünsche. Und Leute, dann würde ich sagen, weiter geht's im nächsten Level, ne. So, Facecam gerade wieder umplatziert. So soll es natürlich sein. Und was ist Level 15? Level 15 heißt Doubleheader. Und ich meine, dass das wieder ein Mittelalter-Level war. So müsste es zumindest gewesen sein. Ich glaube, da gab es solche Typen, die hatten zwei Köpfe irgendwie. Die sahen ganz komisch aus. Genau die Typen hier. Das sind die Doubleheader. Aber, oh, es regnet hier. Es regnet hier sogar ausnahmsweise im Mittelalter. Was ich sagen wollte, ist, dass dieses Level wahrscheinlich trotzdem wieder relativ easy werden sollte. Weil bisher hatten wir ja in den Mittelalter-Leveln nur die Erfahrung gemacht, dass die echt easy sind für unsere Challenge. Weil man hier immer so seitlich langlaufen kann. Ja, ja gut. Hier habe ich, glaube ich, die ein oder andere Wumpafrucht mitgenommen. Aber das ist nicht allzu schlimm, würde ich sagen. Ja, wir können hier einfach außen rumlaufen. Das ist hier halt immer so das Ding. Weil diese Level so mega offen sind, wie sonst eigentlich keine Levelart. Und hier gibt es immer diese Gemäuer seitlich und diese Wiesen. Das ist eigentlich nie wirklich ein Problem. Klar ist dann auch vom Gameplay her relativ eintönig, auch für euch. Das muss man natürlich zugeben, weil wenn ich hier einfach seitlich langlaufe und es passiert nichts, ja, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so spannend zum Angucken wie jetzt andere Level. Aber wir müssen das immer aus Challenge-Sicht sehen. Dass das für unsere Challenge eine gute Sache ist. Boah, der Zauberer, der war natürlich ein bisschen gefährlich. Äh, was mich aber wundert, ist tatsächlich, dass ich bisher immer noch keinen Kristall gesehen habe. Ich meine, wir sind ja jetzt doch schon ziemlich lang in diesem Level drin. Boah, bitte lass mich nicht in die Schlucht fallen. Ah, okay. Da vorne ist der Kristall. Okay, da hatte ich schon, äh, ja, da hatte ich schon ein bisschen Schiss, ne. Ich sag's euch, wie's ist. Weil, äh, ja, es ist so, ne. Ich hatte da ein bisschen Schiss. Ah, ne, die Wumpa-Früchte, die waren jetzt unnötig einzusammeln. Aber, das sieht für mich doch nach einem ziemlich geilen First-Try aus, Leute. Wie lang hatten wir das nicht mehr, Leute? Ein First-Try einfach. Beziehungsweise hatten wir das überhaupt schon mal? Ja, doch, bei diesem einen Koko-Level. Da hatten wir das auf jeden Fall mal, ähm, dieses Jet-Ski-Level. Das haben wir im First-Try geschafft. Aber, alter, das Level war ja mal perfekt, Leute. Überhaupt keine Probleme gehabt. Und jetzt gibt's aber noch einen Kampf gegen Dr. Antwoppy. Ja, das ist der Herrscher der Zeit. Und für den nehmen wir uns jetzt noch Zeit. Denn den will ich natürlich noch besiegen. Ich glaube, der Bosskampf war aber auch gar nicht so schwer. Ich glaube, das war sogar einer der einfacheren Bosskämpfe in diesem Spiel. Man musste hier nämlich im Endeffekt einfach nur seinen Sachen ausweichen. Genau, das weiß ich noch. Und irgendwann stampft er hier. Und dann formt er diesen Weg um, sodass man zu ihm rüber kann. Und ihn wegwirbeln kann. Und dann teleportiert er sich halt zur anderen Seite. Und man muss wieder seinen Sachen ausweichen. Ist halt tatsächlich eigentlich relativ easy, würde ich sagen. Also, ich hoffe, das wird auch ein First-Try. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja gut. Es kann natürlich sein, dass er die Plattformen manchmal ein bisschen blöd spawnen lässt. Dass man da ein bisschen verwinkelt springen muss und so. Das kann natürlich durchaus sein. Aber so an sich sollte das hier kein Problem sein, sagte er und stirbt. Tja Leute, aber was habe ich auch erwartet? Ich meine, wenn man seinen Mund aufreißt, dann ist es natürlich ganz logisch, dass man genau dann stirbt. Beziehungsweise kurz danach. Ich hätte einfach nur mal weiter kommentieren sollen. Dann wäre mir auch nichts zugestoßen. Es ist einfach so, Leute. Es ist einfach so. Das Karma, das mag keine Let's Player. Das war schon immer so. Und das wird auch für immer so bleiben. Dafür haben wir jetzt aber den Todes-Tornado-Wirbel freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt hier so richtig lange wirbeln. Ich glaube insgesamt dreimal hintereinander, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das müsste diese Fähigkeit gewesen sein. Ja, ich sollte mir vielleicht auch einfach mal durchlesen, was da dran steht. Dann wüsste ich auch, was ich freischalte. Aber naja, Leute, das soll es vom heutigen Part gewesen sein. Ich finde, das war bisher wahrscheinlich wirklich der erfolgreichste Part. Weil wir heute eigentlich überhaupt keine Probleme hatten. Also dieser Part, der lief wirklich perfekt, Leute. Und ja, dafür solltet ihr auf jeden Fall mal einen Like, ein Abo oder einen Kommentar da lassen. Oder alle drei Sachen. Wäre natürlich noch geiler. Und ansonsten danke ich aber mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss. 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 Das war's.